Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Ratchet & Clank und wir gehen nach Slim Cognito in die Kanalisation. So, jetzt wird es lustig. Wir haben viele Waffen, wir brauchen viele Waffen, denn Munitionsknappheit könnte uns zum Nachteil werden, weil man hier sehr, sehr, sehr viel machen muss. Oh Gott. Das Coole ist, es wird auch angezeigt, wo jeder Kristall ist, wo die geheimen Bereiche sind. Ja. Ich habe diese Karte so noch nie gesehen, weil ich immer früher zuerst diese grauen Bereiche komplett ausgedingst habe. Und dann wirklich alles gesammelt habe, weil in die grünen Bereiche kommst du nur mit Magnetstiefeln und die Kanalisation ist auf zwei Ebenen aufgebaut. Es gibt eine Ebene und die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist halt nur mit Magnetstiefeln, aber die erste Ebene liegt noch unter der zweiten trotzdem. Das heißt, manche Gänge überschneiden sich. Ja. Und dadurch siehst du am Ende fast nichts mehr, wo der grüne Bereich war, wo du die Bolt suchen musst. Ich weiß, dass es hier halt drei gibt. Ja. Und jetzt können wir damit anfangen. Äh. Wo gehen wir als erstes lang? Äh. Geradeaus. Hier rein? Ja. Könnten wir machen. Ich würde eher darum gehen. Und den können wir noch nicht machen, weil der... Also diese Schleimkristalle kann man auch nur von einer bestimmten Seite aus quasi öffnen. Ich gehe jetzt mal zu dem da hinten. Das sieht gut aus, weil wenn hier Monster spawnen, dann könnte der auch jetzt auftauchen. Ja. Ja. Können wir auch. So. Lava. So. Kanalkristalle bekommen. Oh. Dann gehen wir zurück. Man sollte sich auch nicht mit diesen kleinen Viechern aufhalten. Hier auch ein bisschen aufpassen. So. Hier gibt es einen Kristall, der so ist. Und der Schleimvieh. Hier. So. Dankeschön. Damit haben wir die ersten schon mal fertig. So. Da ist noch einer. Kanalkristalle. Danke. Ah. Das sieht schlecht aus, oder? Oh. Er kommt aber trotzdem. So. Lava-Pistole ist hier echt geil, muss ich mal gerade sagen. Schon ziemlich nice. So. Kristall für uns. Damit ist der erste Bereich fertig. Äh. Ja. Ich denke mal, wir sollten zuerst in den geheimen Bereich gehen. oder wir machen zuerst die untere Ebene. Ja. Komm. Wir machen zuerst die untere Ebene. Das ist halt sehr langweilig, diese... Dieses Ding hier. Weil man einfach nur überall hinlaufen muss. Hallo. Hallo. Lass mich mal... Ah. Geht weg. Okay. Da. Da könnte eigentlich runtergehen. Nach da hinten. Ja. Ja, komm. Die skippe ich jetzt. Ciao. Äh. Natürlich. Öffnet er sich nicht. Huch. Die könnte ja auch wohnen. Stimmt. Mist. Das ist halt so ein bisschen nervig, dass man nicht bestimmen kann, wie man da hingeht an diese Kristalle. Weil er sich nur von dieser Seite öffnen lässt. Bisschen seltsam. Aber ja. Stehen wir drüber. So. Ich würde gerne dann weitergehen. Ah. Hier kann ich keine Dinger einsetzen. Keine Boosts. Ich glaube hier rein. Nein. Nach da. So. Spawner. Genau. Hallöchen. Hier. Okay. Zurück. Dann hier rein. Okay. Da kommen wir nicht durch. Äh. Äh. Da würde ich gerne andersrum gehen. Ja. Okay. So. Den Schlängelweg hier. Ja. 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 Und dann hier rein. Hier rein. diese zwei ob der boss box ja okay waffe ist leer ich habe auch nicht meine munition aufgefüllt das ist natürlich super zoll okay dann einfach weiter Hier muss man wieder aufpassen Weil das sehr lang Man sich hier sehr langsam drin bewegt Damit ist der Bereich durch Außer ganz, 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 ganz Hinten oben Ist noch einer Den sollten wir uns noch holen gehen Und zwar Ein weiter Hier Zack Okay Dann gehen wir hier rüber Dann runter Und Hier sieht man schon einen dieser Aufstiege In den geheimen Bereich Und da kommt man in den Bereich Da will ich aber eigentlich noch gar nicht hin Der tut uns irgendwie nix Okay Wir wollen hier hin Und dann hier hoch Und da rein So Secret Area Oh dieses blöde Schleimzeugs Gibt's sogar einen Händler Das wusste ich gar nicht mehr Und zwar spare ich mir Nach dahin gibt es Aua Heilig Oh der ist auch so So ein krasser sogar Das war sogar so ein Boss Aber nicht so So einen den wir kennen Sondern Okay Schaut mal runter Hier hin Hier kann man auch sehr gut Waffen leveln Seitlich Ja Geradeaus Ja Der sieht komplett anders aus Und ist Upgradet Nice Schön So ich wollte mir jetzt gerade mal gucken Die Bosse die spawnen aus diesem Schleimloch Was man nie machen darf Ist hier die Orientierung verlieren Das ist echt wichtig In dieser Kanalisation Nicht nur für die drei Bowls Sondern auch Ja am Ende sieht man's halt nix mehr So Da müssen wir da lang Hier gibt's den Boss Und Dann geradeaus Da will ich nicht lang Da kommen zwei Bosse Wahrscheinlich Ja Und zumindest einer Muss halt auch eh mal auf die Karte gucken Oh So Wo jetzt Zur Seite Da gibt's noch ein Pustal Man denkt auch die ganze Zeit Hä Ich war doch schon wie oft an diesem Ort Das denkst du die ganze Zeit Du kannst dich nicht dagegen wehren Das passiert einfach Da ist wieder ein Gadgetron-Tree Dann gehen wir halt hier runter Da ist nix Da ist auch nix Müssen halt die Bowls noch finden Aha Hi Jetzt sind wir schon wieder hier Ja Ja Wir haben keinen Bolt gefunden Keinen Bolt gefunden Da hinten ist noch ein grünes Bereich Hier Aber hier ist nix Oder Würde ich nicht sagen Vielleicht gibt's hier doch ein Bolt Was ist das Was ist das denn jetzt hier Ah Okay Barb zu einer anderen Brücke Einer müsste da ganz hinten sein Einer der Bowls Und oben lang Könnten wir auch Sollten wir mal tun Gehen wir mal oben lang Wo geht's jetzt lang Jetzt könnten wir in den einen Bereich hier gehen Will ich das eigentlich schon Eigentlich will ich das noch gar nicht Ne Ne So Gehen wir wieder zurück Die Musik ist auch so Nicht das Beste Sag ich mal Ich kann mich nicht mußen Schade Äh Wir können hier reingehen Ja Jetzt kommen wir wieder in den unteren Bereich Hinter uns ist noch einer An den wir nicht rankommen Ah Toll Oh Hier kann man auch Wo Aha Und der bringt uns noch da Nicht Geht's dann noch weiter Ah Das ist dann so eine Brücke wieder Ja Ganz oben Aha Und da gibt's auch den Bolt So Schön Wir sind jetzt hier Äh Können wir noch eine Brücke weiter Nein können wir nicht Okay Ich würde dann Kann ich in der Mitte landen Da unten Einfach hier Genau Und hier müsste ich dann in dem Bereich wieder sein Ja Und das Monster lässt sich auch nicht von dieser Seite öffnen Als ob Oh Diese Mistviecher Ich hasse sie Jetzt muss ich extra wieder zurück Obwohl ich kann nicht mehr zurück Ne Ich krieg den Schwunghaken von hier unten nämlich nicht Nice Was für ein Kack Nö 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 Ja Schön Leggi Ja Okay Das war der Vielleicht doch nicht so schlecht Können wir den jetzt einfach von hier aktivieren Dann kann ich bitte Ah Ihr seid so Dämmisch Dämmisch Deswegen sage ich Ah Man soll sich nicht mit diesen aufhalten Die sind so nervig So Den habe ich Welcher Weg wäre jetzt am besten Eigentlich runter Und Ah ja stimmt Wir müssen noch von der einen Seite da kennen gehen Null ist ein bisschen reingebackt Ah hier ist so ein Kristall Okay Normaler Den haben wir Rück Zurück Schön Leggi Ich weiß nicht warum es so Leggi ist Keine Ahnung Hier könnten wir hochgehen Brauchen wir nicht Der eine ist in den Boden gebackt Da hinten sehe ich einen Den Oder den Nee Erstmal den hier Da fühlst du dich Ja Schön Da fühlst du dich Ja Schön Da hinten noch einer Schönes Legfest Ich kann mich auch gar nicht mehr bewegen können Hier wie es am Leggen ist Was ist denn los Wie es am Leggen ist Irgendwann stößt mir das Spiel wahrscheinlich ab Okay Jetzt geht es besser oder Nö Naja Lass mich in Ruhe Ah ich hasse euch Hier kleinen Misses Viecher Natürlich lässt er sich nicht öffnen Ach man Alter wie es am Leggen ist Wahrscheinlich weil ich die Gegner nicht besiegt habe Okay Dann gehen wir halt von hier Käufer brauche ich nicht Von hier war das Ne Ja Und öffne dich Du Schwabbelvieh Können uns auf jeden Fall gleich die Rüstung kaufen Und gehen direkt Mann Gebt mir den Kristall Okay Da vorne sind noch welche Einfach mal drüberjumpen Okay Dann haben wir hier noch einen Oh bitte lass dich öffnen Ja Okay Dieses Dann Dann Ich nehm mal die Ich nehm mal die Unsere Freunde hier Jetzt wird es noch mehr Leggy Ja die zerstören die halt richtig hart Lass dich öffnen Nein Ah Ich dachte schon Alter So Okay Jetzt geht es wieder Ja Bitte öffne dich Ja Gut Oh Hinter uns war noch einer Boah Wie es am Leggen ist Ich bin Kommt damit nicht klar Alter Wie sie zerstören Nein Ja Damit kann man sich viel Zeit ersparen Mit diesem Boost Und dann sind wir auch auf der letzten Plattform tatsächlich Wir gehen mal nach oben Ist da noch irgendwas Nö Da ist auch nix Nö Warte diese Legs In irgendeinen von den Dingern glaube ich muss man auch noch reinkommen Aber ich weiß nicht wie man da hochkommt Man kommt da auf jeden Fall hin In eins von denen muss man rein Ich weiß nicht wie Warte da hinten war ein Loch noch Das habe ich gesehen eben Vielleicht kommt man ja so da rein Hier Das meinte ich Ja Hier geht es so steil nach oben Oder ist das nur für den zweiten Weg Ah Das ist nur für den zweiten Weg Schade Da muss man irgendwie noch hochkommen Hier kann man halt nicht boosten Das ist auch nervig Nö Zack Weck mit euch Da sind direkt mal zwei Kristalle Ein Boss Und Ich finde die Bosse hier viel cooler Weil die direkt spawnen Das heißt, du brauchst nicht 300 Jahre zu warten Bis die Viecher da Kommen Okay, hier ist kein Kristall Ach, kein Kristall Kein Bolt Da hinten ist noch What Wir nehmen uns mal aber erst den Der hier an der Seite ist Ah, ist wieder ein Boss Hallo Boss Ach, da ist er So So Die lasse ich Weil ich denke mal Da hinten Müsste man an den Boss kommen Es ist halt eine mega Langweilige Sache Irgendwie Die ist auch echt Das ist echt nicht spannend Ist einfach nur Ja Ja Keine Ahnung Okay Dann ist da ganz hinten in der Ecke einer Da dürfte auch der Bolt sein Den ich im Kopf habe Ja, und ist das der Schleimie-Boy hier? Bitte öffne dich Ja Schön Ich wusste hier nicht irgendwo Bolt sein Das sah halt so echt dann aus Schade Ich dachte hier wäre der Bolt Aber anscheinend Nicht Ich gehe mal nach da Weil es könnte sein Dass der sich hier öffnet Ja Wunderschön Da ist noch einer Tatsächlich So Was holen wir jetzt Mit der Scheibe Können auch Einmal die Schicksalsagenten machen Dann machen die die schön weg Huch Falschtaste Nein Weg Nach unten Okay Warben Simony Genau geradeaus Ist noch Ein Kristall Ah hier Da komme ich aber nicht dran Naja Habe ich mir schon gedacht Muss ich Von der anderen Seite Zack Gehe ich überhaupt richtig Ja Es leckt so krass Ne Oh wacht ihr Hier geht's nach oben Ne Oh Es sah nur so aus Lol Ähm Bin ich hier rein Nein Bin ich da rein Nein Ich will hier rein Ah Voll von hinten aufgezogen Aufgeschnitten So Zur Seite Hier geht's noch runter Hier ist nix Ja 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 Lass mal Hier kann man auch so krass leveln Das ist echt heftig Also XP leveln Ja Das ist echt heftig